Seid herzlichs gegrüßt meine lieben Brüder und Schwestern zum Watch Dogs Vers 3 und ja wir sind das ist unser Kollege hier keine Ahnung wie der heißt ist auch Wurscht Detlef de Soest glaube ich oder da ist ja die Pizzaschachtel oder kann man schlecht sehen und schickes Hotelzimmer im Bad waren wir schon wunderschön bisschen naja gut okay ja und jetzt müssen wir da raus verlassen sie ihr Hotelzimmer ja machen wir mal geschlafen haben wir hier ausgeruht prima und jetzt müssen wir raus aus dem Haus das macht er automatisch oder hoppla doch und jetzt müssen wir alles abscannen oder aha genau da schon her und jetzt muss ich da das hacken oder wie nee ich muss so rumtun oder wie nee verlassen sie legen sie Profile von Passanten an um kriminelle Aktivitäten Profiler öffnen tippen sie auf X um den Profiler einfach zu finden also ja das ist hoppla nur mal den hacken oder wie also die kann man hacken da ist was warte man 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 ja habe ich doch gehackt herstellungskomponent kundendienstbeauftragte einkommen 24 dann schnau ich muss noch mehr hacken oder wie einfach was ist es echt ich muss noch mehr machen oder was legen sie Profile von hier oben aus warte hacken ja hacken mal mögliches verbrechen jetzt warte jetzt kann oder muss man warten oder was die da quatschen oder warte und warten oder moment aha verbrechen erkannt aha weg untersuchen sie den potenziellen tatort das ist jetzt das dreieck prima wo ist ein aufweier also muss ich jetzt noch ein hacken nee nicht oder machen wir erst mal das da oder jetzt muss ich runter das ist da hinten irgendwo oder wie warte jetzt muss ich und wo war denn die treppe hier wo ist denn die treppe die war doch da vorne irgendwo oder da ist sie oder hoppla muss man mal merken ähm huch die kann man hacken ja wir machen erst also da hinten ist mein zimmer oder wie da wo das schnelle vorspulzeichen ist auf der mitte jetzt muss ich erst mal den einen da hacken sprengen hoch ne brauchen wir nicht das spiel macht nicht fertig untersuchen sie den potenziellen tatort haben wir jetzt hier da machen wir das wollen also jetzt muss ich einfach alles untersuchen wir oder wie hoppla ich darf nicht beruht über die straße gehen und bullen dürfen ich ja auch nicht sehen oder wie kommen die alle hekten wobei warte da ist aha da ist der potenziell tatort hört davon also muss ich erst wieder erreichen sie als zielgebiet benutzen ihn an x um potenzielle verbrecher oder lassen sie sich nicht entdecken warten sie auf den alarm bevor sie einschalten es ist besser für ihren ruf wenn sie verbrecher fangen ohne sie zu töten wie mache ich das hatte da ist jetzt recht zum video muss empfangen hoppla der hat den jetzt aber verbrecher fangen ohne sie wie fange ich in den und jetzt muss ich unentdeckt bleiben oder wie oder was wer entdeckt mich denn doch das muss die frau sein die der typ verfolgt beschatten und die potenzielle opfer die grüne muss ich jetzt beschatten nur heimlich oder wie wir müssen reden da gibt es nichts zu reden und jetzt muss ich den dem hinterher und den fangen oder wie bekommen und jetzt bin ich da im käse genau wo warte deckung wo ist er denn da um die zielpläger jetzt bin ich viel zielperson ist entkommen wie es kann der sprinten mission fehlgeschlagen das spiel macht mich der rente immer noch nicht mehr umhauen wie es kann der kann ja nicht sprinten ach komm das spiel ist mir zu hoch jetzt sind der mit der waffe rum hecken jetzt muss ich den hecken ne muss ich den anderen ein genauer anruf ach komm hätte ich den umhauen müssen dem hinterher rennen der kann gar nicht rennen was ist denn da hinten für ein ding was quatschen die jetzt hier ah na komm und was ist das grüne da oben da ist was rotes das ist die polizei oder da muss ich was quatschen jetzt was ist denn das rote was sind die bullen oder wie auto abruf öffnen sie smartphone auto abruf öffnen sie sind das gute da ist das ein verkäufer zum jahr kommt ach komm ich kenne mich nicht aus genau freunde ach den kann man hacken warte neues fahrzeug verfügbar gesundheit hacken den kann man hacken äh zugefüge was muss ich jetzt machen ähm unterhaltung beenden bankkonto was muss ich machen äh was ist denn das ct us-turm ach so ach so äh äh den muss ich hacken warte erreichen sie den fuß des turms und installieren übsel und sie eine backdoor wo ist denn der fuß des turms ach da muss ich aufs dach rauf oder wie warte warte au 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 da muss ich aufs dach rauf wie komm ich denn da rauf ach komm ja jetzt müssen wir so ein ding mal hacken oder äh wie komm ich denn da rauf wird da irgendwo reingehen da geht es wieder nirgends rein da geht es wieder nirgends rein äh ah warte da jetzt da oben ist der oder ok lift ah ja genau da gabelstapler lift eieiei da ist alles da da muss ich jetzt erst den lift den gabelstapler hecken oder wie komm ich da rauf äh äh fixer auftrag ich will jetzt das ding hacken da äh einstein wie komm ich denn da rein ich muss den gabelstapler hacken warte ah ja und jetzt gabelstapler äh schwachstelle erkannt was mache ich jetzt mit dem gabelstapler achso ach ich muss erst da rein warte lift ne das sitz mal bekomme ich ihn da rein ah bitte da geht es nirgends rein äh und äh springen geht auch nicht springen ist ja was mache ich mit dem gabelstapler der kann ich äh muss der da ein loch rein machen warte der kann jetzt da rauf aha zum heben oder senken der ladung hacken äh ja toll komm ich trotzdem nicht rein und den lift kann ich auch hacken nee kann ich nicht hacken ja ich muss da erst reinkommen freunde wie komme ich denn da rein weiß es wieder keinen da oben rum oder warte ah da rum oder warte ah ah da ist einer warte genau jetzt runter mit dem ding jetzt kann ich rauf spranger und jetzt hecke ich den aha genau und jetzt komme ich rauf und jetzt ich muss da hin huch was ist denn das da müssen wir hin komm da rauf komm ah prima geht doch jetzt gehen wir da hin und ich muss aufs dach rauf und ich muss aufs dach rauf äh gut ähm warum steht da unten noch einer lift jetzt muss da reingehen warte und jetzt lift oh ne ja der muss rauf freunde zum heben und senken und jetzt wie komme ich jetzt weiter da rauf ah da ist ein ding warte na da haben wir da vielleicht schon mal eins hier irgendwie erledigt und jetzt da auch satellitenschüssel und jetzt gehen wir da rauf klettern ah prima schwach 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 stelle erkannt komm her äh y sicher äh verbunden mit switch konsole zum entsperren die quelle finden oh achso da blinkt die leitung oh shit da ist was sorte kamera also jetzt muss ich die finden wo das ding ah entriegeln netze oder so jetzt ist entriegelt oder und jetzt kann ich rein oder sag mal das bisschen kompliziert das spiel äh y freischau schalten was macht der jetzt der kollege boah grafik hallo was macht das jetzt das stimmt äh hm 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 und Santos öffnen aha sammelbare cd us hö ach wenn ich da wenn ich immer sammel um dann kriegt ist irgendwann freigeschaltet oder wie dann was 1,2 prozent forjac kh overd laglos ist doch prima bezug freigeschaltet weltkarte öffnen au hoch wie sie geldautomaten hacken muss ich das machen legen sie profil von sie stehen bleiben sie können auch erst mehrere kontodaten sammeln bevor aha geld also ich brauche kohle muss einfach zum listen hacken und dann kann ich es am konto abheben auftrag war das ist hütchenspiel kommt ich bin jetzt hier oder sie um die sie 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 sehenswürdigkeiten haben wir schon da was herstellung kaufen ja ich brauche kohle und da ist eine bank wo sind jetzt die bankautomaten xp kann man da sammeln war ich kann nicht mehr da habe ich eine schusssichere weste da kennt sich doch kein schwein aus müssen jetzt der bankautomat geld abheben dollar handyspiel sammelbares xp das ding haben wir jetzt geheckt oder nicht mehr gut ich muss ja auch ich habe es am watchdogs 2 gespielt aber ich muss hier da auch erst noch mal so ein bisschen den sinn erkennen hier von dem spiel warte ja obwohl sie leider etwas einfacher zu gehen scheint hier mit der steuerung kommen jetzt darüber da kann man nicht von innen öffnen da komme ich auch nicht auch bitte komme ich nicht mehr raus und war ja jetzt habe ich mich gefangen aber ach so ich muss den hoch fahren und dann komme ich auch so und hier muss ich aber erst ein bisschen kapieren was da los ist muss ich wieder einen hacken paket standort und jetzt interessantes objekt wegpunkt setzen wo bin ich da und jetzt muss ich hier einfach mal rumlaufen oder wie und genau und jetzt muss ich wie kann denn der sprinten kann er nicht was ist das zeitlupe ne das war mir nicht hier ist was warte doch da da ist was und was bitteschön da da ist das da jetzt da wie öffnen 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 ah ja 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 toll chemische komponente ist aber hallo hacken alles ja bankkonto zucker für geld ach so und jetzt müsste ich aber am geldautomaten gehen und wo ist einer bitteschön wissen wer sind das doch auch die dollar ach so jetzt sehe ich dann dollar zeigen da auf der mini map sich so ein dollar also war das ist aber das hütchen spiel oder irgend so ein käse potenzieller tat hat ja muss ich den dann am tatort ein verfolgen aber wenn der nur langsam läuft hier und jetzt verbrechen erkannt wegpunkt setzen das ist doch der wieso sprintet in der net verbrechen erkannt wegpunkt setzen so jetzt muss ich da hin wahnsinn kann ein paar jahre dauern ja so und jetzt muss ich einfach alle hacken hier ja und mir punkte arbeiten oder wie oder was oder wann und da geht es aber noch drei jahre hin aber 1,6 kilometer im markt nun muss ich ein auto hacken kann man nicht einfach so ein auto nehmen warte klauen die star da steht da kann man das klauen und das glaube ich jetzt oder einsteigen soll zeug dahin oder ob hoch und so jetzt haben wir dahin ich muss erst mal überhaupt schaden was da was machen die davon unfall ich war es nicht ich bin nicht zu da hinfahren ja ich muss aber erst mal schauen wie ich die da erledigen kann darf soll ich muss die fangen wie solchen einen fangen wenn die schneller laufen als ich kann ich gar keinen fangen und man darf nicht anstoßen irgendwo oder sonst kommt die polizei oder oder weiß dass einer hat man schon fast angestößt rechts oder links freunde hoppla das ist aber schwerfälliges auto zu einem kilometer lang hinfahren kommt einer oder probieren was war also ich muss sich erst ein bisschen in die spielmechanik und dergleichen einarbeiten das heißt ich werde das auch jetzt bin ich da an gerumpelt offline dann noch ein bisschen jetzt machen wir das hier mal machen wir mal eine halbe stunde einfach mal schauen und ich muss heute noch nachhilfe geben freunde deutsch nachhilfe emilia galotti wieder mal ob leider kommt einer nach der nachhilfe geht es dann weiter ich muss jetzt schon machen wir mal eine halbe stunde schauen wir mal ob man das jetzt hier da ist überall blinkt irgendwas was warnt da war was grünes was worden was ist denn das das grüne x da war doch so aber schicke grafik schicke modelleisenbahn hier wieso modelleisenbahn ist das ein bisschen so mensch der eiert darum der kasten da oder als kollegischer erde oder auch sein und jetzt muss ich war ja den beschatten oder irgend so käse hoppla au jetzt habe ich ein futtgauer obererweil zivilist verletzt jetzt schnell weg jetzt kommt der gang zivilist verletzt jetzt muss ich da reingehen oder hatte genau ich muss das erst mal kapieren wie das hier was das hier soll muss ich mir anschleichen und die beschatten oder wie wobei ja aber wenn der da ist er jetzt und jetzt beschatten vorgeschabende aktion wobei beschatten ja mache ich der da war ja der guckt immer beschatten das muss ich irgendwo anschleichen der zieht mich wieder der böse eingreifen und deck was ist ein eingreifen hatte wie gehen eingreifen worte b ausschalten jetzt haben wir ausschalten jetzt haben wir noch mal oder hoppla verbrecher neutralisiert b ist ausschalten und neue fähigkeiten habe ich zu viel ein fähigkeitspünkt kampf mit dieses alles kampf was gibt es für kampf schneller wechsel beschleunigt den waffenwechsel geht nicht fokus das geht alles nicht waffenwechsel bereich jetzt weniger oder weste das was breiter ja komm warte da machen wir was ist bei hacken das ist das ist nie verkehrt oder komm da geht auch nichts mehr das geht also hochbahnsteuerung und dieses kack brücken halten ich kann jetzt nur die dämlichen fähigkeiten machen wir warte ist und sonst haben nichts fahren auto was gibt es noch hergestellt das kommen herstellen splittergranate er kommt kampf da kann man im kampf können wir nichts mehr machen kampf kann ich also nur das weiße tschuldige und das blaue haben wir schon da nehmen kann man bei hacken mit noch irgendwas kommt das ist wie wieder kein schwein der jam kommt sehr populär app telefongespräch zu unterbrechen ist oder anfang bringt auch kopf zum schweigen ach komm ich mag nicht mehr hochbahnsteuerung das können sie sich ach ja jetzt nehmen komm ich mag nicht mehr jetzt mache ich das genau was was happened genau gut freunde da mache ich hier mal aus das video und in klatsch mal ein bisschen selber noch um offline fortschrittsbelohnung schon wieder erkannte verbrechen beschleunigt den also ich muss viele aufträge machen und dann werden meine fähigkeiten auch noch besser oder wie krumm aha also kann jetzt drei jahre rumwatscheln okay freunde da mache ich hier mal aus ich schaue mal noch was ist denn das grüne wieso kann der nicht sprinten dollar was sind das dollar ist ein hütchen spiel und wieso und was ist das grüne x da das schauen wir uns noch schnell an gell so kann der nicht springen nee das ist genau das gegenteil was wackelt dann links unten so für ein ding immer das wackelt was ist denn dies verbrechen erkannt war ja 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 das denke ich mal warum waren da warum müssen da so ein ding dollar da drin da ist ein spiel oder was ist denn dies nicht da nicht verfügbar was wir sollen das freunde kann ich nicht verfügt warum nicht verfügbar kommen die können mich doch mal um und das ist das grüne jetzt da frage ich jetzt hinkommen um meine fenster ist kaputt vorsichtig keinen umfahren vorsichtig freunde ich komme hier mit dem auto ja geht es mal weg hier von jetzt sieht man ja geh weg fahr ich mal dahin wo das grüne ding war und dann machen wir pause gell wo das grüne ding da das interessiert mich den habe ich jetzt gar nicht gesehen das ist weil da und was ist das blaue dann auf der minimap da da ist auch irgendwas meine fresse hier das spiel macht ein rally das grüne x da das täte mich mal schwer der große bruder ist es so ein auftrag oder wie hoppla das ist so ein auftrag oder der große bruder jetzt fängt das regnen an das ist irgendein auftrag mission starten y da machen wir das mal also oder kommen der große bruder das schauen wir uns noch schnell an oder und da machen wir jetzt ein neues video vielleicht schaffe ich das hier warte wie sie sind der große bruder das nicht der große bruder ich schalte jetzt aus und schalt wieder ein da machen wir jetzt ein neues video gell also tschüss bis gleich tschüss Vielen Dank.